alle zum ersten duell manchester city gesteuert vom fungamer grüß dich gegen dortmund gesteuert ja jubiläum 20 das lassen wir doch lieber na gut silber ist silber oder was ok der kanal ist silber habe ich spielen als rm obwohl er z m ist man kann auch er vorspielen ja aber nicht dass das dann so ein fehl ist wieder wie bei moskiten nicht mosquito also ich habe zwei silber ich habe zwei silbers den stärkeren weiß aber keiner ist rv da noch mal rechts mittelfeld und der andere ist z m also ich sehe rechtes mittelfeld der rv gesagt das rechtsverteidiger tschuldigung rf rf heißt eigentlich rechter flügel oder wahrscheinlich auf deutsch ja rechter flügel meine ich und als als erstes attribut hat er aber z m nicht rv rf also nicht dass das dann wieder sein fehl ist wie beim beim kind und mein wort wieder markinas markinas ja so anfühlt in england piste check sehr weit vorne machst du spaß da hätte er noch gehen können aber vielleicht mit einem überraschungsschuss und der war gar nicht mal so schlecht oh gott sei dank oder auch die stelle oh nein, was wird das für den Schuss jetzt? Ja, ich glaube ich bin hier jetzt in Manchester oder in Manchester. In der Güte, alte Manchester. Wie heißt das Stadion von der Main City? Ich bin ja nicht dem gleichen wie United. Ach, schade. Was ist denn da? Ist das nicht irgendwas mit Park? Machst du Spass, dann nimm den... Jetzt bin ich deppert, oder? Ich weiß nicht, ob du das Süd gesteigert hast. Flo... Flo, falls du zuschaust... Wie heißt der Stadion? Hilf uns! Emirates Stadium? Ja... Steht, glaube ich, am Trikot sogar oben. Der Sponsor... Ja... Vielleicht sehen wir ihn ja mal. Mach den Namen sehen, weiß ich es. Evonik... Oh nein, das ist... Fail. Das ist von Dortmund. Da steht aber keine Sponsoren drauf, zumindest hinten nicht. Ja, dabei bleiben die ersten 25 Minuten noch die Chancen aus. Aber jetzt vielleicht Dotti, Dotti, kommt nicht zum Anschluss, kommt auch zum Anschluss. Silva! Jetzt hast du zur Kamera laufen können. Ja, wollte ich je machen. Wollte ich je machen. Wollte ich je machen. Wollte ich je machen, aber da war es zu spät schon. Silva! Da! Und welcher? Da! Hallo Nick! Keine Ahnung, welcher Silber das jetzt ist. Nicht der Bernardo. Der andere. Aber dann ist der Mittelfeld Silber. Also der nicht wirklich ein Mittelfeld Spinner. Ja genau, der Folge. Aber... Wie der jetzt heißt, war ich nicht. Vielleicht kannst du uns ja helfen. Wie heißt das? Manchester City Stadion. Oh! Ja, ja! Oh! Oh, dann ball das so ab. Boah, der ist weit ab! Oder? Oh Mann, warum durst ihr nicht mit dem Kopf hingehen? Gibt es nicht. Mir fällt das nicht an. Oh. Etiät Stadium. Was? Etiät Stadium. Etiät. Das klingt aber nicht sehr arabisch. Ja, aber das ist der Sponsor. Das ist irgendeine Fluglinie in Arabien. Ich stehe da vorne und habe ein Trikot. Ah, okay. So ist die Starke noch. Das ist alles im grünen Bereich. Oh, abfüchst. Oh, abfüchst. Oh, ich steppet. Da steht sie. Ja, Airways. Airways, ja. Okay, das ist da nicht Emirate Airways, sondern Etiät. Gut, vielleicht ist... Ja, genau. Ja, man kann sagen, sie haben die Top-Chance genutzt. Genau, der David ist der, der wirklich ein Mittelfeld spielt. Ja, sonst eigentlich keine Top-Chance, generell kaum Chancen. Das heißt, Amazane da drüben noch. Sonst relativ blass das ganze Spiel. Da hat man generell weniger Chancen kreiert. Ja, Nick, hope you like it. Schade, dass du im Moment selber keine Videos machst. Das war mal die beste Chance hier von Dortmund gleich zu Beginn dieser Halbzeit. Oh, geht's denn nicht aus? Oh, das ist auch nicht. Oh, schön. Oh, nicht schön. Ja, einen Wechsel hat es hier gegeben. Sterling. Läuft. Oh. Uh. Schön. Oh. Oh, ist mitkommen. Alter. Nein, was ist jetzt los? Lauter Fehlpässe auf beiden Seiten eigentlich. Ah, wieder Fail-Pass. Ah, wieder Fail-Pass. Wieder Fail-Pass. Ah, das. Wieder. Ah, das zeigt sich aus, wie man die. Boah. Ah, das ist ein schöner Update. Und Florentino hämmert den Rängen. 2 zu 0. Kompromisslos. Zweiter Assist von Sterling im Lauf im Wettbewerb. Ah, das ist ein bisschen verschätzt. schön, stunning Ruhig selber nächster Wechsel bei Dortmund oh 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 schön oh, was war das jetzt? ein Versuch ja, aber war schwer zu nehmen, muss man auch sagen ja, Dortmund ist derzeit ein bisschen nur am Verteidigen oh, hoppala oh, Gott sei Dank ups Weiß bringt das bisschen Ruhe rein, ein auswärts, so, das wäre wichtig natürlich seh ich nicht so es wäre wichtig viel Dortmund auch gut gekämpft, braus gekämpft ein Tor, der leider nicht gemacht ganz am Anfang hatte er einen guten Schuss aber in der zweiten Halbzeit hat man weniger gesehen von ihm oh oh schon mitzahlen oh scheiße jetzt muss er gehen ich dachte, das geht sich aus mit dem Ball ich dachte, das geht sich aus mit dem Ball gute Fallstoßdistanz für Marco Reus zehn Minuten nach zehn Minuten nach Mensch, dass du dich zu zehnt sein wie das wie alles was ist schiebung sorry jetzt habe ich nicht gesehen floh servus auch schön schön durchgesetzt und da kann ich nicht annehmen preis preis oder auch so dass mir funky Ja, aber das muss ich schon gleich gewesen sein. Ja, 2 zu 0, verdient. Ja, Leute. Souverän runtergespielt daheim, Manchester City. Was ist euer Meinung nach Schiebung gewesen? Das habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Ja, Silva ein Tor. Fernandinho, der leider das Spiel nicht beenden konnte, ein Tor. Aber Manchester City hat hier mit der 0 eine gute Ausgangsposition gelegt für Dortmund. Ja. 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 Ja.